Weg, weg, ja, lauf vor's Auto, weg, weg, ich sagte weg, lauch, geht sterben, jetzt spreng ich hier alles in die Luft was sich irgendwie bewegt, zum Beispiel diese da, nein, Gut, das bewegt sich nicht, aber gesprengt werden muss es trotzdem. Eck. Ja, noch einer. Ja, aus hier, Kostin! Weck mit euch! Ah! Huh, jetzt hätte ich was das. Eigener Auto hier gesprengt. So, wo kommen jetzt die nächsten hier? Von links, von rechts. Von vorn. Nein, Polizei! Natürlich. Nein, oder? Das ist doch jetzt... Nein, das ist jetzt nicht denen ja ernst. Kein Panzer. Kein Panzer. Kein Panzer. Kein Panzer, sag ich. Weg mit dem Panzer. Biker, Helis, was kommt denn jetzt noch, ey? Ah, das geht nicht so auf. Geht sterben. Du auch, du scheiß Heli. Okay, das könnte ich schaffen, das könnte ich schaffen. Gib Gas, wer auch immer hier diese scheiß Karre fährt. Dann locken wir uns hin und schicken die Chancen weg. Es ist schade zu sagen, aber das könnte der beste Ort für uns jetzt, Tee. Komm, das wird was, das schaffe ich jetzt, das schaffe ich. Ich wette, der stirbt jetzt gleich. Ja, der stirbt gleich. Ich wusste es doch, ich wusste es doch. F***, Bro. Was wird das tun? Ich werde das Rad, Mann. Komm, ein Moment. Schade, verpiss euch. Geh weg. Sorry, Ghostus, honey. Wir müssen hier rauskommen. Komm, ich hab's gleich geschafft. Los! Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ist gleich vorbei. Ja, endlich! Fluch der Scheiße hier. Komm, raus, hör, lass mich in Ruhe jetzt. Ich bin sicher, ich bin sicher. Er blieb, nicht wahr? Sorry, Bro. Die Diamonds sind weg, too, Luke. Wir sind wirklich in dieser Scheiße jetzt. Wir haben keine mehr Autos zu spielen. Was ist jetzt noch falsch? Bleib ruhig und nicht zu f*** auf diese Bälle. Alles, Charly. Nur neuer Scheiße. Hey, jeder hat dich ausgelöst und er hat nicht weg. Schau an das so. Ich komme zu dir bald. Klar, was auch immer. So lange, Stranger. Aber trotzdem 100%. Das ist doch mal was. Ich verstehe jetzt zwar nicht warum. Aber ist mir auch scheißegal. Die Mission ist vorbei. Ich hab's endlich geschafft. Mein Gott. Ich hab's jetzt voll Bock, noch eine richtig lange Pause zu machen. Aber spiel das jetzt noch kurz zu Ende. Und weiß nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Ja, komm schon. Oh nein. Oh nein. Das heißt, der Selebinator ist wieder auf den Plan gerückt. Und ich hab irgendwas von Heliport gelesen. Was mir schon mal so gar nicht gefällt. Muss ich jetzt mit dieser scheiß Limo hier rumfahren. Und ich weiß jetzt echt nicht, was ich die Mission noch machen soll. Ich glaub, die war nämlich auch scheiße schwer. Ach, ich mach's einfach. Ich zieh's jetzt einfach durch. Jetzt wird zwar jetzt... Diese Folgen werden zwar jetzt der totale Fail... Totalen Fail folgen. Aber ich zieh's jetzt einfach knallhart durch. Ist mir jetzt scheißegal. Wurde. Oh, schon wieder dieser hübsche Heli. Ich meine, wenn ich schon die ganzen Missionen verkacke, dann kann ich die jetzt auch nochmal verkacke. Get in, Lou. Don't worry. I didn't forget about the Vertigo. I got you a shoot. I don't know what you're talking about, but thanks. Let's show off your friend of yours in the city. Take us up above happiness island. Alles klar. Oh, muss ich auch noch durch die Kreise fahren, oder was? Was ist das denn für eine Scheiße? Warum? Kannst du nicht einfach da hinfliegen? Nein, ich muss durch die blöden Kreise fliegen. Äh, gibt's hier jetzt noch einen Kreis? Kreis. Man hätte ja auch einfach sagen können, fliege einfach mal nach oben. So weit wie es geht, aber nein, man muss ja hier unbedingt mit blöden Kreisen verbinden. Ich bin nicht so, Louis. Ich bin nicht naiv, ich bin nicht so, Louis. Der Derier-Harch hat die Kreise mit dem Kreisen verbinden. Er hat mich nach oben und es war ein künstlerischer Knopf. Was ist das denn, Mann? Wir haben noch nie gesehen. Ich war auf der Szene, Louis. F*** ich, ich bin schon. Ich bin nicht so, ich bin nicht so. 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 Du weißt was? Ich glaube nicht, dass du in jeder Stadt so so gesehen hast. Was macht er, Tori? Hilfe! Ich hab mir genug geschlagen. Runter mit dir. So, jetzt muss ich den auch noch irgendwie retten, oder was? Was? Nein! Fuck! Ups! Ich wusste doch, dass die Mission fehl wird. Naja, ist er tot halt, ne? Mir egal. Wahrscheinlich ist mir das nicht egal, weil ich bestimmt... Autsch! Oh, Scheiße! Hast du geschafft, seine Terminale-Velocität zu verhindern? Da ist ein großer Selebinator-Formel-Mass irgendwo. Er wird nicht mehr blöden. Nicht genau, was wir schauen wollen, oder? Ich weiß nicht, was der Korinär denken wird, aber wir haben besser geschlagen. Lass uns kurz reden. Aber... Doch, ich schlag ihn noch ein bisschen. Das hat Spaß gemacht. Ja, 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 ja. Komm schon. Erstmal kriegt er ne Watschen. Und noch eine. Und noch ein paar in die Fresse. Und noch ein paar in die Fresse. Und jetzt fliegt das. Flieg! Flieg, Baby, flieg! Mit Wege ist runter. Nein! Schon wieder ein Celebrity-Nelter-Flag. Ehm... Scheiße. Mal gucken, wie das ist, wenn man so fliegt. Ja, ist ganz schön. Puh. Normalerweise wäre der jetzt tot. Aber Lou ist ja ein starker Mann, der hält das aus. Jetzt kann ich die Mission auch nochmal machen. Schön. Wunderbar läuft das heute, ey. So langsam habe ich keinen Bock mehr. So langsam habe ich echt keinen Bock mehr. Wie fange ich den denn jetzt am besten ab? Wie funktioniert denn das? Oh, schade. Ja, 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 ja. Das ist ein großer... Nochmal. Wie fange ich denn den jetzt am besten ab? Irgendwas mache ich hier doch falsch. Lieder das Leben von Laufschweig. Schau auf, Freund, die Seiten, Al. Diesmal fliegt er gleich. Flieg. Du solltest die Fähigkeiten, Bro. Du bist zu verdammt. Ja, ich kann mich helfen. Nein, nein. Ah, ja. So funktioniert das also. Aber wie komme ich denn in seine Richtung? Hä? Autsch! Autsch! Jetzt bin ich ja selber schon unten gelandet. Wie soll denn das funktionieren? Wie zur Helle soll ich den denn bekommen? Das gibt es doch wohl nicht. Ey, Leute, das macht mir gerade echt keinen Bock mehr. Nochmal. Wo ist die SMS da? Irgendwas mache ich hier doch falsch. Ja, 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 ja. Flieg in den schüssenen Kreis. Schmeiß den Idioten aus dem Fenster und fertig. Komm schon. Okay. Also, ich weiß, wie ich bremse, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich auf den drauf zufliegen kann. Wie fliege ich denn auf den drauf zu? Oh, fuck. Ey, ich kriege hier die Krise. Was mache ich denn hier falsch? Was mache ich hier falsch? Ey, ich probiere das jetzt noch einmal, dann mache ich es offscreen und dann erzähle ich euch, wie es funktioniert hat. Ich probiere das jetzt echt nur noch einmal. Es kann hier so nicht weitergehen, das ist... Hier gibt es ja auch keine, keine weiteren Erklärungen, die müssen auch irgendwie mal erklären, wie ich an den rankommen soll. Ich probiere das jetzt noch einmal, ich probiere das jetzt noch einmal, ich probiere das jetzt noch einmal. Yo, ich hab's geschafft, diesen blöden Penner einzufangen. Oh mein Gott. So eine beschissene Scheiß-Mission. quantos ja auch. Du bist ein verscheid. Ich habe das glasben. Oh, jasben! Ich habe das glasben! Und halt dich in keine Wats circumstance! Oh, ich hab's geschafft! Hier sind sie gesehen. Oh, scheiße! Aaaaaaah